Hallihallo Leute! Ich bin zwar wieder TheGamerEmulator mit Nio hier bei unserem Projekt Terraria. Genau. Hatten wir ja schon angekündigt. Nio. Wir haben uns neue Charaktere erstellt. Und ja, fangen wir halt mal wieder an. Ähm, ich würd sagen, wir machen erstmal ein paar Bäume hier, ne? Äh, ja, und du musstest vielleicht auch noch sagen, wir haben noch eine neue Welt generiert, weil mit der alten, das hat nicht alles sofort funktioniert. Ähm, die alte haben wir doch gar nicht gesehen. Doch, bei mir. Achso, hast du schon eine Aufnahme reingenommen? Nee, du hast bei mir gesehen, wie man, äh, wie die Welt erstellt wurde. Auf jeden Fall ist es, ich schoss die jetzt trotzdem, aber es ist halt knappe Welt. Aber, das ist eigentlich egal. Jo, er leckt ein bisschen, ne? Ich hab ja gesagt, sie lädt gerade hoch. Also bei mir leckt es nicht. Ähm, wieviel Prozent hat denn das? Das sollte fast fertig sein. Ich fahr dich kurz nach. Äh, 50 Prozent. Sauber. Jo, unsere Parts gehen halt 15 Minuten, haben wir ja schon gesagt. Und jo. Achja, ähm, andere Leute wollten viele unbedingt mitmachen. Und weil wir jetzt nicht alle auslesen wollten, haben wir uns dann geeinigt, dass wir immer mal irgendwann mal irgendwas dazu holen, wenn wir gerade Bock haben. Genau. Ähm, der baut dann halt für ne Folge lang mit, oder für zwei. Oh, dann schmeißen wir ihn einfach mal raus, wenn wir, wenn wir irgendwas lustiges gefunden haben, klauen wir alle die Sachen und dann schicken wir ihn raus. Ja. Äh, wollen wir gleich hier unten in der Schlucht bauen? Oder wollen wir uns was anderes so? Ja, ich würd sagen, hier unten in der Schlucht sieht dann nicht ganz gut aus, weil wir oben noch komplett auf eine Ebene frei machen. Ach, da unten geht's doch. Da unten, ja, meine ich. Ja. Da unten ist ein Dings hier, ne Höhle. Ja, mach mal die, genau die, genau die sind gut. Da ist gerne eine Heidungsdruck gewesen, oder? Jo, hab ich gesehen, hast du ihn geworfen? Nein, der, da ist ein, der, äh, der Ohrne dran gewesen da. Ach so. Wie du was kaputt gemacht hast. Da war ne Ohrne, hab ich gar nicht gesehen. Oh, Laura. Oh, Laura spielt der Maria, hast du ja schon aufgefallen. Fuss auf, wer schon hat hier rein. Ne, die holen wir diesmal nicht dazu, ey, war das ne gute Idee, solange ich mich hier aufnehme, kann ich gleich mal auf offline stellen, der ist aus dem Slime runtergesprungen. Oh, suchst du. So, da bin ich nämlich jetzt mal offline. Hat halt den, den, mich jetzt ganz cool weggeblieben. Auch. Das war ne Mal. Noll? Äh, ja, ich bin auch unten. Und hier? Ja. Ja. Ich baue mal kurz den Aufgang. ... Pass auf, da kam schwer zu uns. Boom. Hahaha. Ups, das war der falsche Steinarten. Dreck in die Hand nehmen ist... Acht. Aua. Aua! Stöp du... Aua! Ey! Scheiß Gelibber! Äh, nicht weiter bauen. So, hier, da würde ich die Wand nicht machen. Die andere Richtung vielleicht noch ein bisschen. Ich mach das hier oben nur noch. Äh, soll ich das hier oben aufmachen? Ja, hatte ich gedacht eigentlich. Dass wir hier so Steckwerke reinbauen, weißt du? Ja. Eins für uns jeweils und dann eins für den anderen, der dann mitmacht, oder die andere. Da so ein Gästezimmer halt, ne? Genau. Also bis so dein Ding nebenan. Oh, hast du hier was mal da reinzustellen? Da muss ja nichts besonderes sein. Ja, da kommt grad. Da kommt dann wieder so ein Glipsch. Ja, ist das schon. Da liegst du halt wirklich drauf an, ne? Tja, wenn sie meinen, dass ich es brauche. Ich kenne dir einmal zwei, zwei Schläge mir ins Maul und dann sind sie weg. Ja, ich muss nur die ganzen Bäume hier oben abbauen, fällt mir grad auf, sonst kann ich das ganze Zeug ja nicht wegmachen. Naja, egal, wir brauchen sowieso halt. Ähm, ich muss ganz kurz Aufnahmestopp machen. Bis gleich. Bis gleich. Halliholo Leute, ich bin's mal wieder. Wieso? Ist bei dir auch alles rot geworden? Äh, es ist Nacht geworden. Achso. Oder zumindest abends. Okay. Du warst zu lange weg. Ja, okay, sorry. Meine Schwester hat grad angerufen und so. Ist egal. Ähm, ja, machen wir mal weiter hier. Ja. Ja, und der hat nämlich grad diesen scheiß Fieder runtergeschmissen, sonst muss ich ihn wieder hochbauen. Passen wir eigentlich ganz gut, dann komm ich nämlich auch wieder hoch. Klappe. Wegen dir bin ich jetzt runtergefallen. Niemals. Und dein Video schon fast fertig? Warte, ich guck gleich noch mal. Ich tu das. Oh, schnell der Hochschmutzel. Oh, Mann, dauert das lange. Du kannst einfach diese Holz-Klappen dann nehmen, die ich gebaut habe. Ich weiß, ich mach aber mal ein paar Fackeln hier, ne? Das ist eine gute Idee. Tadam. Oh, das ist hell, Alter. Ach ja, was mir grad noch einfiel, äh, wir sind nicht mehr ganz blind, weil wir schon angefangen hatten, aber... ...da kein Bock mehr hatten dann. Oh nein. Das kann Timo nicht erklären. Ja, wir hatten eigentlich ja aufgenommen und so, aber... ja, ist egal. Nein, das ist nicht egal. Wir hatten jemand anders, der Hoos war und... ja... ...jetzt nicht mehr. Hoos ist... Ob wir es jetzt herausgefunden haben, wie es geht. Oh, ich hab grad den Schleim die Tür öffnet. Ach so. Ach ja, da komm, komm. Sie stören das noch. Ach, das ist ein Schleim. Sag das doch. Ja. Hab ich doch gesagt. Machst du gar nicht. Doch, hab ich. Und sieh die Aufnahme an. Ich hab übrigens nen Vogel bei uns gefangen, glaub ich. Ja, seh ich schon. Da kommt ein Zombie. Was? Was? Ja, achten Auge! Gingen Auge. Na, da oben sind Dämonen Auge. Oh, schnell rein hier. Hey, das... Oh, lebt es nicht. Da oben. Sie rechtlich draufgegeben. Ich hab' den Fugel getötet ausgesennt. Oh, oh. Achtung! Alter, ich bin gleich wohl. Hey, das wird gleich mal voller Fail hier. Na, ne, das ist eine Folge. No wie, hier, das werden mich jetzt noch nicht nachts. Ich mach ja nicht die die Aufnahme. Oh, hat er so ein Bier zu aufgemacht? Ja. Du musst gerade nicht stornen. Ich hab ja gesagt, du musst grad nicht stornen. Ich hab's gesagt, ich bin fast tot. Nichts Auge hat nicht mehr, um mein... Oh, 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 oh. Komm, ey, komm, ey, komm, ey, komm, ey, 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 ey. Ich bin auf dem Weg gewesen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ist aber so, ich kann nicht schneller. Nach schnellem Probe. Oh, drei Stücks sind das schon. Alter Schwäger. Gegen dem Mondnauge ist recht tot. Ich leuchte uns mal das Weg. Ja. Den Weg. Ja, ich mach mal kurz hier zu. Ich hab irgendwie Angst, hier runter zu gehen. Na gut, ich geh runter. Hilfe! Hilfe! Was das? Was war das? Genau. Was machen wir eigentlich den Zombie hier? So, äh, ich hab hier schon mal eine Werkstatt gesetzt. Endes, wenn wir das jetzt so machen. Bäh, ich denk mal, da komme ich nicht, du über. Doch, komm, ich hätte... Ähm, so ein Hammer wär erst mal ne Idee, ne? Häe,laud. Prozent Prozent nach wie die Kraft ein Wettbewerb gilt wie es als Dekoration da ich gemacht hat sie zum liebten hier ich würde sagen wir machen die Stockwerke mit diesen an der Kette waren der Teil durch die Vorhanden aufgaben machen und das ist es zu Fettmögen der Optiker ist so wie soll Klappendichter geworden sind da kommen noch mehr ich bin hoch da drüben weißt du und damit ich ja was das wegkommen ich mach mal die Holzklappe jeweils noch eins länger ja mach das so, den Rest ich dann alles mit Stein ausfüllen dann lassen wir es mit Stein erbauen ja würdest du meinen Stein haben? Klapp schon 31 ja, die Fettmögen ich mach's auch noch nie wie mach ich das nochmal auf Tee, ne? genau das war Dreck oh mein Holz kannst du auch haben hier ok ich geh jetzt, weil jetzt haben die hier oben Pornen aber oh, es sind zwei gut ah, die haben trotzdem keine Chance ja guckst du mir grad zu ok, ja man merkt schon so, dass ich hier ein bisschen keine Ahnung habe ähm also 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 ich würd sagen wir machen die das hier komplett mit diesen Holzteilen da, weißt du weißt du wie ich mein? aua 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 oh ja lassen wir die da unten eingesperrt haha ja ja das war aber voll der Special-Move von dem Zombie ja, aber hallo ja, Leute, wir haben auch kaum hier Ahnung über diesen Skill-Punkten oder so ich hab mal gesehen, dass man irgendwie so Magier sein kann oder sowas ja, das wird deine Aufgabe jetzt mal was zu besiegen, ne meinst du? ich wollte mich eigentlich wundergraben ja oha wir mussten oft genug zu machen ja auf einmal sind sie hinter mir ja muss ich alles machen, man lol, der ist da unten gefangen, draufgegangen äh, die Tür zu machen, wäre immer noch mal mal die Idee, ne Leute, selbst ganz wunderbar geh mal auf, warum macht der andere Platz machen die denn die Tür kaputt oder was? ja, irgendwann kommt die rein aber ich bin gleich tot aber ne Fliege oh na toll du Arschlug was denn? ich hab dir doch geholfen so gut ich könnte hab ich gesehen hab ich gesehen so, dann buddel dich jetzt mal nach unten ich, äh, was mach ich jetzt? ja, ich mach damit ähm, kann man irgendwie Waffen irgendwie verbessern oder sowas? äh, nicht dass ich jetzt wüsste, aber man kann ähm, besseres Zeug herstellen also ich habe, äh, selber schon mal gespielt gehabt und hatte Goldwaffen und so und Zeug ja, muss man halt erst Gold finden, das war relativ tief da eben immer Ebene für Ebene auf, ne? oder? ja was wir vielleicht noch sagen sollten es wäre sehr nett, wenn ihr uns helft wenn wir keinen Plan haben oder irgendwas falsch macht genau, könnt ihr es ruhig in die Kommentare schreiben ja, ich hab das Ding, was hier unten so komisch durch ich hab keine Ahnung was es ist also ja, dann hast du Fakkeln dabei ja, klar und warte mal, dass das mal die also drei Stück kannst du bauen die Kraft dass das mal die Ebene hier machen ja, ich mach das so, oder? guck mich um deutsch, mach es geht ja, ne? so, was haben wir denn hier? ja, mal Eisen erst so, ich brauch mal ein paar Holz ich glaub mal wie auszukommen, ne? ähm, jo, das wär nicht schlecht, oder? ja Leute, wir haben jetzt noch diese Woche zum Hulkladen und danach müssen wir das Spiel kurz pausieren weil Jo in den Urlaub fährt ja äh, ja für vier Wochen ja ne, mal schauen wenn wir jetzt genug aufnehmen kann ich auch von dort aus noch veröffentlichen ach so, von da hast du auch noch mit oder was? ja, also ich hab noch mit einem Handy Internetblätter und da sollte ich das hinkriegen aber es wird halt sehr wenig wahrscheinlich oder halt auch mal weiter nichts mehr weil man nichts mehr aufnehmen kann also kann sein, dass dann zwischendurch halt keine Aufnahme mehr kommt genau so würde man bei allen Projekten so sein naja, da werde ich noch mal Info video machen jo ihr könnt da auch mal reinschreiben ob das so mit dem Sound passt und sowas nicht das hier zu laut ist oder sowas Lass meine Bergbank abgebaut bitte? Lass meine Bergbank abgebaut Lass meine Bergbank abgebaut ja ja he 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 da krabbeln die Schwung auf dich weg, weißt du? aber sowas mal äh, wir brauchen noch mehr Rohstoffe was brauchst du dann? keine Ahnung, aus was kann man offen machen? ähm, auch Stein, warte mal aber eigentlich habe ich genug Stein aber eigentlich habe ich genug Stein ich packe mal die Workbench hier hin ich packe mal die Workbench hier hin nur hier hinpacken hier nur leck eh äh, ich kann nein, Steinwand, eine Dreckwand das kann ich auch das bringt uns bloß nicht viel ja scheiße was denn das da oben, lass das mal abbauen hier das hab ich ja, das wusste ich nicht was es ist kann auch nicht abbauen Aua doll aber so an das äh, versuch das mal mit Namen anzugreifen greif das mal mit Namen an ne, äh, äh Laxito hat mir übrigens auch einen guten Tipp gegeben was wir machen können und zwar geh mal auf, äh, Dein Winter und dann ganz dort drüben sehen wir diese Wappen da geh einfach mal aufs grüne oder aufs grüne Wappen genau dann sind wir jetzt zusammen in einer Gruppe dann sehen wir wo der andere ist ach so, okay das ist sehr praktisch aber ich würde ins rote Team na, geh mal ins rote Team ist auch gut ne, doch lieber ans blaue äh, jetzt entscheide ich na gut, ins rote okay, los so ich leuchte uns den Weg okay, hier ist nichts oder ist das da unten ein Erz? nein, das ist kein Erz also ich habe hier noch nie anderes Erz gefunden außer an dies doch Silbererz das eine mal mhm was denn hier hier ist nichts hier, äh, doch hier sind überall diese, ähm, Wonnen hier ist raus oh, sehr schön Hilfe! ich will hier hoch ah! ich mach die Ordnung da drüben kaputt ja, ich hab mal kurz den richtig stark hier runtergebrochen ne, irgendwas denn oh, jetzt komm ich hier denn noch nicht hoch, alter was ist das für Erzter? rechts? das ist Kupf, A und Eil, das sollte das so sein, was? ich mach kurz bisschen ab sehr schön und Silbermünze und Kupfermünze rutsche, äh, nix mehr das ist Sand wie lol? das ist Sand, der rutscht nach wie auf Minecraft ach so aua, aua, aua lol ey, was war das? ach so, du ach so, du ne, du bist unter dem Seiler ja das ist über Minecraft, wie gesagt krass fand ich irgendwie lustig wollen wir das Wasser ablaufen lassen? guck mal also nicht über Minecraft ja, das ist nicht wie über Minecraft und was kann man nochmal auf den Ofen stellen hätten wir dachten, hier sind schon alle tot über uns weil wir keine Ahnung vermutlich auch mal also ich würd mich auch auslachen, wenn ich das Spiel spielen würde ich würd mich auch auslachen ja, ich hab keine Ahnung mehr, scheiße ich hab letztens irgendwie einen Ofen gebacken, ja gemacht, das weiß ich auch noch ich hab noch mal auf den Ofen gebacken, hier schon hm ich hab hier unten irgendwo eine Höhle, wo man keinen ablaufen lassen kann ja, hier rechts wäre noch eine Höhle, aber dann würde das Wasser auch wieder zurückkommen oh man ey was denn da links, ich bau das mal ab da oder hast du dich da hoch gebaut? da hab ich mich hoch gebaut das ist Dreck schau mal hier ein bisschen rum boah, ist das das Sand, ganz wie Sand uah ähm ja was ist das? ich hab vielleicht gesagt, dass du uns hier untergräbst, aber Schambel 1 hier ja klar nein du musst schon an der Übung bleiben ein bisschen, ne? lol, nein, egal, scheiße, ich bleib hier unten ja ich hab ein bisschen Silbererz und ein bisschen anderes äh, nein, das ist Sand vermutlich mal hier muss doch irgendwo eine Höhle sein äh, ich bin dafür, dass wir hier drüben irgendwo runterbauen wo kein was heißt find ich auch ich komme yeah ich würd sagen, das ist die erste Folge gewesen, ne? äh, jo, würd ich auch sagen also ich verabschiede mich jetzt schonmal bis dahin euer Begeber-Emulator okay, zumindest ne Höhle sehr schön hätten wir ein bisschen mit der Linksgrad wissen okay, denn bis zum nächsten Mal und die nächste Folge wird dann auf und dann geht's auf den Kanal auf den Kanal bis bald, tschüss tschüss